Hallo meine Freunde und herzlich willkommen hier zu einem kleinen Tutorial. Ja, also es wurde jetzt in letzter Zeit immer gefragt, wie komme ich in ETS2 im Multiplayer, wie geht das, wie geht das. Ganz ehrlich, für die erste Variante, die es damals gab, bevor das neue Update jetzt eingeführt worden ist, gab es 10.000 Videos. Ja, da hätte man sich immer informieren können. Jetzt mit dem neuen System kommen wieder die Fragen dreimal so häufig. Und keine Ahnung, ab bis jetzt noch von niemandem erklärt worden ist. Aber gut, ihr habt es geschafft. Ich mache jetzt ein kurzes Tutorial für diejenigen, die nicht wissen, wie sie in den Multiplayer reinkommen und die auch, ich nenne es mal, ein bisschen zu faul sind, irgendwo zu googeln. Aber das geht jetzt keine 30 Minuten Version. Wir machen das jetzt hier alles in Kürze. Erster Schritt, ihr geht auf ets2mp.com. Ja, das war früher alpha.ets2mp.com, jetzt ist es nur noch ets2mp.com. Dann kommt ihr auf diese Seite. So, ich bin jetzt hier oben schon mal eingeloggt. Hier oben habt ihr dann, sprich ihr, ne, habt ihr dann eigentlich ein Logging-Fenster. Da ist hier Logging und hier Dementspresent Register. Ihr klickt dann einmal auf Register. Ja, dann registriert ihr euch. Dann geht es nämlich aber erstmal los. Ihr werdet dann im Browser auf Steam verbunden. Dort müsst ihr euch in euren Steam-Account einloggen. Wenn ihr Steam-Cloud oder Steam-Schutzmaßnahmen habt, wird noch ein Code an eure E-Mail-Adresse gesendet. Den müsst ihr dort eingeben, dass euer Browser sicher ist, ja, dass ihr in euren Account eingeloggt werden dürft. Wenn das geschehen ist, werdet ihr wieder hier auf diese Seite zurückgeworfen und dann gebt ihr Benutzernamen, E-Mail-Adresse, Passwort und so weiter und so fort ein. Drückt auf Registrieren, bestätigt das in einer E-Mail und dann kommt ihr im Endeffekt hier wieder auf diese Seite und das Ganze sieht so aus. Es steht dann hier da, Welcome, Sachsen-Netzbauer, Welcome, XXXHDXXXX, wie auch immer. Ihr könnt im Übrigen die Seite, die Legends hier unten umschalten, von Englisch auf Türkisch, Polnisch, sonst was, ist sogar Deutsch dabei. Das ist schon mal sehr schön. So, dann habt ihr ja im Endeffekt hier aktuellste Version. Den Button habt ihr im Endeffekt auch schon vor dem Logging, bloß wenn ihr hier nicht eingeloggt draufklickt, sagt er euch, registriert euch. Das Registrieren ist auch wichtig, weil wir das später im Logging für das Spiel brauchen. Ihr klickt dann im Endeffekt hier drauf, neueste Version runterladen, bekommt dementsprechend hier. So, bitte enter dein Passwort, klicke hier, um dies zu machen. Ja, warum, weil ich jetzt nur so ein E-Mail-Passwort habe. Dann gibt es zwei Dinger, es gibt die PHB-SDK, for Web-Dealments und dann gibt es den Klienten. Euch interessiert der Klient, sprich dieser hier. Klickt ihr links, klickt drauf, so, da kommt ihr im Endeffekt hier an die ganze Chaussée. Ich suche mir jetzt den Ordner ETS2MP, zack, speichern. Ja, dann lädt es den ganzen Spaß runter, das ist nicht gerade groß, wohlbemerkt. Und dann klicken wir hier drauf, im Ordner Anzeigen, aha, ETS2, eine Internetverknüpfung. Ja, so ist das heute Rache leider Gottes, eine Internetverknüpfung. Da macht ihr einen Doppelklick drauf und es wird nicht angezeigt. Finde ich jetzt sehr interessant, warum auch eine Internetverknüpfung? Ah, jetzt wurde es richtig runtergeladen. Alles klar, wer weiß, was das jetzt wieder war, im Dingsanzeigen. Dann kann das weg. So, ETS2MP-Client. Das Ganze entpackt ihr, dafür braucht ihr WinRAR oder 7zip, je nachdem. Alles in der Videobeschreibung verpackt. Dann klickt ihr hier auf hier entpacken. Zack, da habt ihr eine Install ETS2MP. Das ist eine Anwendung. Doppelklick drauf, Anwendung ausführen. Wenn euer WM-Programm sagt, ey, macht das nicht, er ignoriert das, beziehungsweise sagt, es ist eine sichere Software, weil je nachdem, von welchen Provider, von welchen Anbieter ihr das habt. Ich habe zum Beispiel Norden Security, das reagiert relativ empfindlich auf Daten, die es nicht so wirklich kennt und die nicht allzu weit verbreitet sind. Wenn ihr jetzt hier Doppelklick gemacht habt, dauert es ein bisschen, dann startet ihr die Installation. Das kann bei mir an sich jetzt eventuell auch ein Stückchen länger dauern, je nachdem. Ach, ja, hat es zugelassen. So, dann steht es jetzt hier da, dieser Klient ist euer Truck Simulator 2 Multiplayer, Version 001 A3 Alpha. Ja, weiter, ihr akzeptiert die Vertragsverbindung, obwohl ihr es nicht durchgelesen habt. Den Pfad könnt ihr so lassen, wenn bei euch alles standardgemäß ist, das ebenfalls auch. Und dann hier, zack, dann Desktop-Symbol erstellen. Das ist sinnfrei, braucht ihr nicht. Drückt auf Weiter, drückt auf Installieren und installiert das Ganze. So, im Endeffekt ist es fertig. Es ist gerade, bevor ich jetzt hier fertig denke, auch noch wichtig hier zu lesen, welche Spieleversion ihr benötigt. Für den Klienten jetzt sicher, also sprich für 011 R3 Alpha, benötigt ihr die ETS-Version 1.1.4.s. Ja, also nicht den Klient-Version, sondern ETS. Dann können wir nämlich gerade mal hier so reingehen. Und in mein Steam Profile und dann haben wir hier euer Truck Simulator 2. Rechtsklick auf Eigenschaften. Dann habt ihr unten Betas. Dann könnt ihr ja alles auswählen. Und ihr braucht Temporary 1-1.4-0.2. Minus 1, 1.4-2 for Incompleted-Bots. Ja, das müsst ihr auswählen. Drückt dann hier unten auf OK. Und wenn ihr da jetzt zum Beispiel die neueste Version habt, also 1.15, müsst ihr im Endeffekt runterpatchen. Ja, weil es die neueste Version halt nicht erkennt. Wenn das alles erledigt ist, hier jetzt alles installiert ist, lasst ihr den Haken bei Euro Truck Simulator 2 Multiplayer starten drin. Und geht im Endeffekt auf Fertigstellen. Jetzt dürft ihr eigentlich das Spiel starten. Was ihr leider gerade nicht seht, das muss ich nämlich gerade mal hier einen kleinen Klick drauf machen. Beziehungsweise muss da kurz hier mal was anklicken. Add the Game, Euro Truck Simulator. Zack. Dann mal kurz hier Gross machen. Und zack. Dann seid ihr hier im Endeffekt im Multiplayer drin. Und ja, nicht wundern, wenn das jetzt hier alles verschwommen ist. Denn jetzt habt ihr hier E-Mail-Adresse, Passwort und Reventer B. Also möchtest du das Passwort speichern? Hast du das Passwort vergessen, klickst du hier drauf. Hast du noch keinen Account, klickst du hier drauf. Und hier unten kannst du deine Server auswählen. So, es ist im Endeffekt jetzt ganz einfach. Ihr gebt die E-Mail-Adresse hier oben ein. Wichtig. Er erkennt das Add-Zeichen nicht. Das heißt, macht vorher im WordPad Text Editor oder im OpenOffice oder sonst was. Gebt da eure E-Mail-Adresse rein. Macht STRG C. Geht hier wieder rein. Macht STRG V und fügt sie mit ein. Ja, ich weiß nicht warum das so ist, aber das ist auf jeden Fall ein Fehler. Da unten gebt ihr im Endeffekt dann euer neues Passwort ein. Ja, was ich jetzt gerade noch einmal tun werde. Deswegen nicht wundern, wenn das gerade hier schwarz ist, beziehungsweise ist ja hier alles verpixelt. Und dann klickt ihr auf Play. Dann verbindet ihr euch. Dann kommt nochmal hier diese extrem schöne Warnung, dass das nur ein Spiel ist und dass es nicht dafür geeignet ist, um LKW im realen Leben damit zu üben. Ja, und dann geht ihr im Endeffekt hier auf Spiel fortsetzen. Ja, dann lädt ihr das Ganze durch. Und dann seid ihr im Endeffekt im Multiplayer. Wichtig ist hier oben, also oben links in der Ecke, muss halt da stehen, ne? ETS 2 Multiplayer Alpha, dass ihr auch im Multiplayer seid. Wenn ihr jetzt hier stinknormal auf Spielen klickt, kommt ihr jetzt hier unten Connected to EU-Surfer 1. Dauert ein bisschen. Und wenn hier oben rechts sitzt, da steht Online EU 1 No Collision Area, dann bedeutet das Hurra, ihr seid im Spiel drin. So einfach ist die Welt, meine Freunde, so einfach ist die Welt. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Wie gesagt, nochmal Step by Step in der Videobeschreibung zur Note das Video drückst, wenn es zu schnell ging. Ich bin raus, danke für eure Aufmerksamkeit und sage Ciao, Ciao.